Herzlich willkommen, mein lieber Steinbock, zu deiner kurzen Tarot-Wochenbotschaft. Ich schaue heute schon mit den Tarot-Karten, was dich in deiner nächsten Woche erwartet, was ich da schon sehen darf, was ich da schon mitteilen darf. 8. bis 14. Juli, das ist die Daten, auf die wir jetzt gleich gucken. Und ich mische erstmal locker in der Hand. Steinbock. Ach, guck da. Okay, er hat sich hier rausgeschummelt, der König der Kelche. Und die Kraft, die haben wir gerade schon beim Schützen schon mal gesehen. Und aber bei dir ist es tatsächlich eine andere Bedeutung. Scheint in dieser Woche aber irgendwie kollektiv wichtig zu sein. Gut. Ach, du liebes Bisschen. Okay. Das Interessante ist, wir haben jetzt hier zwei außenstehende Personen mit in deiner Tarot-Legung. Das heißt, hier geht es viel ums Außen, hier geht es viel auch um andere Menschen. Normalerweise bin ich da nicht so ein Fan von. Ich bin immer so ein Fan von, guck in dich selber rein, organisiere da Dinge. In sich selber kann man am meisten ändern. Aber hier geht es tatsächlich um zwei verschiedene Personen. Wir haben König der Kelche, König der Stäbe. Bei den Königskarten, das ist immer ein Gegenüber in meinen Legungen, geschlechtsunspezifisch, ganz, ganz, ganz wichtig. Es geht nur darum, wer bist du, wer ist der andere. Und wir haben hier zwei andere. Das wiederum bist du, die Kraft. König der Kelche wird umgeben von Wasser, was im Umkehrschluss, Entschuldigung fürs Wackeln, für Gefühle steht. König der Stäbe ist eine Feuerenergie. Der ist sehr temperamentvoll und sehr, ja, das kann mal einer sein, der ständig in deinem Nacken sitzt und sagt, nee, das geht nicht, das funktioniert nicht, das kann ich dir jetzt schon sagen. Der ist immer sehr überzeugt von sich selber. So, du guckst hier aber in Richtung König der Kelche, vielleicht auch ein Stück weit in dich selber rein, ja. Also hier, dieser Löwe soll manchmal auch so die Schattenthemen anzeigen, die inneren Dämonen, die bezwungen werden möchten. Vielleicht gibt es da auch ein Thema oder generell irgendwie eine Situation, wo du sagst, da muss ich irgendwie mit klarkommen, die muss ich irgendwie unter Kontrolle kriegen. Deswegen, ich muss vielleicht auch irgendwie eine Lösung finden. Bei der Kraft geht es darum, dass du hier auch die Stärke dazu findest, beziehungsweise das Selbstvertrauen, es auch anzugehen, ja. Und das Ding ist, du bist hier tatsächlich mit dem Löwen sehr beschäftigt und von außen gucken zwei Menschen zu. Egal, ob das jetzt dein Herzensmensch und das hier vielleicht deine Schwester ist, ganz wichtig, wie gesagt, das sind außenstehende Personen, nicht geschlechtsspezifisch. Und einer sagt dir die ganze Zeit, das kannst du nicht, das funktioniert nicht und der andere sagt so, ja, ich glaube schon, dass du das schaffst, aber ich werde dir nicht helfen. Das ist eine interessante Energie. König der Kelche ist passiv, er wiederum ist sehr aktiv, ja. Auch sehr aktiv darin, dir zu zeigen, wo deine Schwächen liegen und das ist tatsächlich nicht immer verkehrt, aber manchmal dann doch, ne. Ihr wisst, was ich meine. Von daher, konzentrier dich hier auf deinen inneren Löwen. Auch wenn die Stimmen von außen sehr laut sind und Menschen dir sagen wollen, wie du was zu handhaben hast, was du vielleicht auch zu glauben hast, wie du mit Dingen umgehen sollst, ne. Hör da einfach nicht hin. Vielleicht hat der eine oder andere einen guten Rat für dich, aber letztendlich ist es deine Intuition und deine Lebensenergie, die das bewältigen, auch ohne diese beiden, ne. Ich glaube tatsächlich, das ist eher so ein Ratschlag, die Stimmen von außen werden sehr laut sein, guck lieber, dass du das selber bastelst. Okay. Achso, ich will nochmal unter dem Kartendeck gucken. Mhm. Liebe und Erlösung. Du wirst eine Lösung für das Problem finden. Das ist das Schöne, ne. Und dabei geht es gar nicht so richtig um die anderen oder dass sie dir helfen oder dass du dich alleingelassen fühlst, sondern das ist wirklich was in dir selber drin. Und nur du alleine kannst das lösen. Und das wirst du. Wenn du hier mit ordentlich Mut rangehst, wenn du dir die Zeit lässt und auch die Überzeugung hast, dass du es schaffen kannst. So, meine Lieben, vielen Dank, lieber Steinbock, dass ihr oder dass du mir zugehört hast. Ich freue mich, wenn ihr das Video liked, wenn ihr ein Herzchen da lasst. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.